Oh mein Peter, da kommst du nicht durch, geht nicht. Du kannst aber nicht. Du kannst aber nicht, weil das viel zu eng ist. Ja, aber es gibt keine Bewältigkeit. Und die ganzen Menschen? Was? Das geht nicht. Fahr bitte heim über die Füße. Ja, wenn ihr uns da oben nicht wollt, was soll man machen? Oh mein Gott, das ist Peter. Ich glaube ich spinne. Ich mache das Auge zu, ich kann dir gar nicht zuschauen, wenn du über die Füße fährst. Du bist halt weg, du. Pass auf das Haus auf! Das Haus! Oh, mir ist schlecht. Da krimpst du auch. Und hier? Das ist Auge. Nein, geht gar nicht. Mein Gott.